Hallo Freunde, dazu kommt ihr wieder in meinen Vlog. Wir befinden uns gerade in Bali. Da hinten ist Hanna. An der Reise war auf jeden Fall ein Erlebnis, sagen wir mal so. Wir hatten Glück und wir hatten auf jeden Fall Stress. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen, haben jetzt gestern richtig fett und lange geschlafen. Also heute, gestern, heute. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt gehen wir frühstücken zur Cashewtree, oder? Ja. Da gehen wir jetzt hin. Und das ist unser süßes Airbnb. Sieht wirklich ganz, ganz mausig aus. Ich verlinke euch das mal. Ich verlinke euch das gute Ding mal. Das Schlafzimmer ist auch sehr cute. Und dann haben wir noch ein Ballzimmer. Und ich finde die Dusche ist so schön. Von da oben kommt auch noch so ein bisschen Licht. Sehr cute. Diese Schalette ist auch schön. Ich habe meine eigene Schuld. Ich schreibe hier nach. Ich habe meine eigene Schuld. Ich schreibe hier nach. Das ist das Geilste der Welt, Leute. Also die sieht gerade nicht so geil aus. Aber ich liebe Alconi, die da gehört, dass ihr euch so selber so eine Bowls zusammen schenkt. Ich bin wirklich überzeugt davon. Du gehst da hin, du hast so 1000 Topics, aus denen du reden kannst. Ganz viele geile Soßen. Leute, das ist wirklich. Alconi is the place to be. It is like good. Es gibt halt noch Weißenreis oder Salat. Das ist es einfach. Aber sie wäre überzeugt, was ist von der Pizza angekommen. Das ist jetzt nur jede Frage. Ist sein Urin hier auch irgendwie in einer anderen Farbe? Nein? Oh. It is und ansπε data. Das ist eine gute Überlegung. Oh, daste meine Sch solventen für regンタafooft. Von der Death ... Das hatte so bad! Onl .... Hi, Sch�. Es wird gut was das wildlife in ihr werfen. Sieht so gut aus. Ich habe euch gar nicht mitgenommen, aber ich befinde mich übrigens auf Bali. Das ist unser letztes Mal, dass du redest. Auf jeden Fall befinden wir uns auf Bali. Das ist das letzte Mal, dass wir jetzt hier in der Unterkunft eigentlich so sind. Also das letzte Nacht. Ich höre euch gleich mal so einen Room Talk getragen. Das tue ich nicht. Geil. Hey friends, ich hoffe euch geht es gut. Ich packe gerade, weil es geht jetzt heute in die nächste Unterkunft. Ich weiß, ich habe sofort wenig gevloggt. Und ich muss das auf jeden Fall die nächsten Tage besser machen. Weil sonst kommt hier gar kein Video mehr zustande. Aber ich glaube, ich muss noch erstmal so ankommen, weil es so viele neue Eindrücke waren. Und ich war so geplättet. Es war einfach alles komplett neu. Ich hatte meine Tage. Also das hat mit reingespielt. Ich habe mich irgendwie die letzten Tage echt nicht so gut gefühlt. Und war dann auch so, ich muss nicht unbedingt vor der Kamera stehen. Deswegen habe ich noch nicht viel gevloggt. Aber heute wird es geändert. Ich versuche hier meine Haare irgendwie zu handeln. Man kann hier nämlich absolut nicht die Haare stylen glätten. Keine Ahnung. Weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und man die Helme auch auf hat. Und dann sieht man danach aus wie so ein Pudel. Deswegen kann ich auch gleich aussehen wie ein Pudel. Ja, die machen was sie wollen. Aber wir versuchen das Beste da rauszuholen. Ähm, die Unterkonferen war super toll. Also wir hatten hier echt Glück. Ähm, alle waren super lieb. Alle waren super hilfsbereit und toll. Wir waren nur vier Tage hier. Muss anders zu sagen. Wo waren wir überhaupt richtige vier Tage erst? Ich sage, wir waren zwei richtige Tage hier erst. Ja, okay. Weil ein Tag war ja viel Katz. Ja, wir sind eigentlich nur angekommen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder abgereist. Aber deswegen, also wir waren echt nicht so lange hier. Ähm, und jetzt schon wie gesagt zur nächsten Unterkunft. Aber das war auch, da greife ich daran, dass wir erst irgendwie super spät ankommen. Den müsst ihr ausblenden. Aber dann sieht es echt richtig schön aus. Schaut. Und unsere Hände sind auch so sexy. Love it. Better be safe than sexy. So Leute, ich bin jetzt fertig gemacht. Wie ein bisschen geschminkt. Ein bisschen frisch. Jetzt machen wir nur noch schnell Hannahs Haare. Ne? Ja. Dann checken wir aus. Und dann gehen wir zum neuen Airbnb. Also wir müssen da eh erst mal nur die Koffer hinterlassen, weil wir eh erst um 14 Uhr einchecken können. Aber das passt alles. Und genau deswegen, wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn ich im neuen Airbnb bin. Vielleicht zeig ich dir jetzt mal, wie ich Hannahs Haare flechte. Ja. Leute, mein Sonnenband ist immer noch nicht weg. Aber er ist nicht weg. Ne? Sieht man das? Das ist schon sehr bad. Ja. 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 Das ist wirklich okay. Ich wollte jetzt mal noch nicht wegschulden. Danke. Und wieder irgendwie so... Ohr, ne? Ja, wieder so weiter runter, genau. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt hier sehr wohl gefühlt. Ja, ich auch. Pool wäre halt cool gewesen. Ja. Vor allem für meinen Sonnenbrand. Ähm... Sorry, tut mir leid. Ich dachte, ich kann mich da kratzen. Aber dann traf ich deine Hand, weil es... Hey, hey. Sieht wunderschön aus. Hannah hat toll. Danke. Sieht es schön aus? Ja, natürlich sieht es schön aus, Schatz. Ach, toll. Schön sieht es auch aus der Hintergrund. Ja. Welcome to Bali. Say goodbye. Ich bin irgendwie Mensch. So, goodbye. Bye. Ich mache das wirklich gerne. Guck mal, wo wir sind. Wieder bei Aachen. So viel geiler als die Gäste. Hattest du hier auch einen? Ja, ja. Der erste Tag doch. Leute, mein erstes Mal Fringetoast. Jetzt muss ich jetzt nicht bei mir. Das ist alles da künftig. Boah. Du musst das probieren auch. Wir machen nur so. Ja. Die ist irgendwie gleich mit zu... Oh, wow. Ich liebe ja Schokolade. Ich sage nicht diese Schokosauce. Heute Abend ist wieder was essen gehen, oder? Ja. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Oh, wow. Ich bin ganz nett. Oh, my gosh. Wer fand ich jetzt die? Wie sehe ich denn so? Leute, das ist unsere neue Unterkunft. Was ist das? Es ist so schön. Das Haar geht wild. Also Hanna macht euch jetzt erstmal hier eine geile Kuhn-Shirt. Ich mache auch in meinem Video ein-Shirt. Kommt mal mal, es kommt mal mal. Wow. Schaut euch das hier mal an. Das ist der Wahnsinn. Guckt mal bitte wie schön. Das ist so crazy. Das ist ein Traum, ich war noch nie in so einer schönen Unterkunft, glaube ich. Ich bin ja nicht so das Badewanen-Girl. Oh, seid ihr in der Badehahme sehe ich mich. Hi. Hallo. Hi friends, ich bin gerade fleißig am Content vorproduzieren. Ich lerne immer mehr mit meinen Haaren umzugehen und wie ich die stylen muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Angebot. Aber ich mag es echt gerne. Ich mag den Haar-Style sehr, sehr gerne. Hanna chillt im Pool. Ich werde glaube ich auch gleich reingehen. Ich finde, das sieht so schön aus. Ich glaube, das ist wirklich das Schönste, wo ich je war. Der Bikini kommt neu. Der ist so schön. Ich finde den sehr, sehr toll. Soll ich jetzt auch endlich im Pool? Ich habe übrigens auch wieder meine Cams mitgenommen. Und ich mache ganz fleißig ganz viele Fotos. Und ich freue mich so krass, die zu entwickeln. Ich glaube, wenn ich die entwickeln gehe, das werden die schönsten Fotos überhaupt. Ich freue mich so. Was hast du denn für einen Bikini ab? Ey. Danke, Schatz. Danke, dass du mich so ansprichst. Das ist eine ganz kleine Konexion. Oh, mein Gott. Ich finde, ich ist dieses Fettzentil mit Sex. Soll es? Also Schatz. Ich bin bitte Wahnsinn. Dass ich mich, liebe Schatz. Danke. Ich bin froh. 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 es ist aufgefrischt auf jeden fall gehen wir jetzt abend essen ich habe ich habe echt schon mal labarack kann man mal machen hey ich habe nichts geht über deutsches brot deswegen nicht immer schwer in anderen ländern das zu essen aber schmeckt ich liebe Sophie ich habe mir mal probieren auf alle richtig frisch Magst du probieren? Ich würde nicht glauben. Ich würde schon ein Stück weit machen. Die muss mit der frischen Tomate. Mach das mal ganz oft. Nein. So. Danke. So was würde ich gerne mal zu Hause machen. Man kann ja auch so Nudeln machen. Also so Zucchini-Nudeln. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück. Oh, schon länger. Ich fahre jetzt duschen. Und ich muss jetzt noch mal ein YouTube-Video schneiden. Ich habe schon mal eine Pickelcreme drauf. Ich höre hier echt ein paar viele Pickel, aber gut. Hoffen wir, dass es auch wieder vorüber geht. Ich werde jetzt schneiden. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Guten Morgen. Wir haben gerade Frühstück bekommen. Das muss ich jetzt zumachen. Das ist ein Morgen, everyone. Das siebt sie aus der Kokos-Sauce. Die Früchte halt auch einfach. Weißt du, so in Deutschland wird es so richtige Kackfrüchte bekommen. Und hier sind es so richtig geile. So Leute, wir haben es jetzt ein bisschen fertig gemacht. Also, nicht wirklich. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Strand. Und zwar zum Dreamland. Strand, glaube ich, heißt der. Dreamland? Dream? Dream? Dream irgendwas. Ich brauche auf jeden Fall noch meine Sonnenmilch. Meine Sonnenmilch. Meine Sonnencreme. Weil sonst wird es zu kalt. Ja, zu kalt vor allem. Hey, jetzt da war ich. Oh mein Gott. Gut, Leute, wir sehen uns am Beach. Wow. Das ist mein Lieblingsstrand. Das ist der Beste. Dream, Dreamland, ne? Dreamland Beach. Beach! New day. Oh, kein Akku mehr. Wir sind mal wieder bei Alchemy. New day, new, same order. Nummer eins. Uhm. Du bist nicht allein. Dasад ast裝 wie ohne eure Angst. Du bist genau. Du hast�� gehört. Du bist��� Ђuziehen. Du bist nicht allein. Vielen Dank.